Und damit herzlich willkommen meine lieben Leute hier zurück zu Resident Evil Mortal Night Oh man, holy shit, jetzt geht's los hier, es geht wirklich los, wir haben das Polizeirevier leider mit Zombies verseucht, muss man echt sagen leider Gottes ich könnte sicherlich auch gut an denen vorbei rennen, aber Leute, ich hab mega Bumme, dass ich hier wieder von allen Seiten aufs angepackt und gefressen werde gerade von solchen Spezies hier und deshalb schieße ich mich dann doch lieber oh fuck, sieht er, ich hab's noch gesagt, ich hab's noch echt gesagt scheiße wird's nur, wenn hier noch solche Renner dabei sind, ja, dann hab ich natürlich toll dann hab ich natürlich gleich noch einen 6er im Lotto hier gezogen so hier scheint's noch welche zu sein okay da komm ich nicht rein wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal was kommen jetzt hier eigentlich noch für Räume was kommen jetzt hier noch für Räume was kommen jetzt hier noch für Räume oh natürlich natürlich so komm ich jetzt hier durch komplett ist jetzt hier noch einer nein, okay, gut was kommen jetzt hier noch für Räume, wenn ich fragen darf wo muss ich hin scheiße, scheiße, scheiße das ist echt mies das ist echt so mies so, ich kann mal noch gucken, ob ich hier rein oder weiterkomme hier ja okay, ich geh erstmal rein ah, da komm ich nur da wieder raus okay, gut das bringt mir so jetzt nichts weiter könnte ich höchstens abkürzen um dann schneller wieder an eine Truhe zu kommen wisst ihr, wie ich meine? also es ist gar nicht mal so schlecht ich konnte ah, das gibt's doch nicht, ey sind wir verletzt? nein, gut ab nach oben in der Hoffnung, dass jetzt dass ich oben noch eine Tür aufmachen kann nein, jetzt sind hier Zombies, alter du dreckiger Bastard sowas sagt man nicht, aber das war jetzt echt mies scheiße okay, wir haben einen Schlüssel verwendet und können jetzt hier rein okay, da frisst irgendjemand ah, lecker, Leute, lecker lasst euch nicht stören hm, toll Umbrella, ihre Leute sind auch zu nicht zu gebrauchen, ey oh, Medizin sehr, sehr schön sehr, sehr schön nehmen wir gleich so, liegt hier noch irgendwas rum oh, ja nehm ich gerne Shotgun Muniz oh, nehm ich auch gerne Jizz Tisch Chris Tisch sehr, sehr cool dass man das auch alles hier in Resident Evil Mortalite natürlich auch wieder zu Gesicht bekommt Frage ist noch auf Barrys Tisch nein, Barrys Schreibtisch wer übrigens die Leute nicht kennt die ist also dessen Namen ich jetzt hier gerade sage Barry Chris Jill der sollte unbedingt mal das Let's Play zu Wrestling Evil 1, was auch auf meinem Kanal vorhanden ist sich anschauen den Schrank kann ich nicht öffnen okay denn da erfährt man wer diese Personen alle sind oh das kann ich doch sicherlich für mein so viel dazu oder auch nicht okay für was brauche ich denn beim besten Wünnen ich habe keine Ahnung ich weiß gerade nicht was ich machen soll kann ich hier noch irgendwas finden nee, nee ich denke das war's hier soweit sind die jetzt hier am futtern nee ich renne den natürlich genau in die Arme und bin wieder ach du Scheiße oh nein oh nein, oh nein, oh nein renn, 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 renn ach die Tür ist versperrt ja leck mich doch oh nein das hätte ich mir auch sparen na toll das hätte ich mir echt sparen können munition verschwendet ohne Ende jetzt habe ich weniger als ich rausgekriegt habe scheiße hinterlassen die mir wenigstens irgendwas ach schade das wäre echt toll gewesen du auch nicht, du dickerchen schade okay wo geht es jetzt noch lang ich war da dort komme ich ja nicht rein hm 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 Ja, ja, ich weiß, wo ich noch hin muss. Ich weiß es zum Glück. Warum liegen die denn jetzt hier alle tot da? Der hat seinen Kopf bewegt. Wollt ihr mich verarschen? Okay. Das ist echt creepy. Ich gehe hier lang. Das ist wirklich sehr unheimlich. Das ist irgendwie gerade alles mega unheimlich, finde ich. Ei, 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 ei. Okay, große Halle, große Halle. Ich gehe erst mal nach oben. Ich gehe erst mal nach oben. Einfach, weil ich es kann. Und weil hier oben, glaube ich, nichts ist. Ich höre die Zombies nur von unten her stillen. Genau. Alles klar. Und hier im Safe Room dürfte theoretisch nichts sein diesmal. Nee, der Zombie ist weg. Alles klar, gut. Alles klar. So. Ich lege das Ö erstmal ab. Dann nehme ich die hier. Und kombiniere das. Ich habe 77%. Das ist echt stark. So. Heilungstechnisch. Wie sieht es aus bei uns? Ja, geht so. Wir haben nur noch eine Heilung. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Hm. Was mache ich jetzt am besten? Welchen Schlüssel kann ich denn gebrauchen und welchen Schlüssel kann ich nicht gebrauchen? Das ist so schwer. Ah, fuck, ey. Ich versuche es erstmal weiterhin so. Was anderes bleibt mir, glaube ich, nicht übrig. Ich muss es weiterhin so erstmal probieren. Ich habe keine andere Wahl. Wobei. Wenn ich gerade überlege, ich muss da unten durch. Ich muss da unten durch, verdammte Hacke. Ich muss da unten durch. Hm. Okay, okay, wartet. Ich lege jetzt mal den ab. Ich lege jetzt mal den ab und versuche es jetzt so. Was anderes bleibt mir jetzt einfach nicht übrig. Wobei. Wobei. Ich glaube, ich gehe erst hier lang. Ich glaube, ich gehe erst hier lang. Undis. Ach, jetzt stehen hier auch welche. Von diesen Rennern, oder? 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 Ja. Da ist noch einer. Alter, sind die creepy. Ach. Ach du Scheiße, da war nämlich der Nächste. Und dadurch, dass ich natürlich jetzt auch noch verwundet bin, ist die ganze Sache nicht einfacher unbedingt. Ich möchte mal jetzt hier hingucken. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das Spiel. Nerven-Kizepur. Okay, gute Hundis. Bleibt da mal so schön und knabbert an diesem feinen Stück Fleisch rum. Ich bin gar nicht so lecker. Scheiße. Ich bin nicht lecker. Ich bin nicht lecker. Ja, ja. Oh. Okay, Einschlüsse brauchen wir nicht mehr. Den haben wir jetzt abgelegt. Okay, eine Growbar. Ich würde so gerne speichern. Es ist mit deinem... Okay, wir brauchen noch einen Lockpick. Okay, wo kriegen wir noch einen Lockpick her? Fuck. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, die Wunden... Ja, ciao. Ciao, Leute. Ciao, Wuffis. Ciao, ciao. Macht's gut. Wir sehen uns. Wir sehen uns. So. Ach, jetzt sind hier wieder die Guten. The good guys. The runners. Runners. Der rennt aber in die falsche Richtung, leider Gottes. Toll. Du bist ja ein toller Head. Na, dann gehe ich erstmal hier lang. Du toller Typ, Junge. Okay, okay, okay. Das könnte echt richtig, richtig mies werden für mich. Okay. Das könnte echt richtig, richtig mies werden für mich. extrem schwer werden, weil, wenn ich jetzt hier die ganzen Leute stehen und sich um mich versammeln, sage ich doch. Dann habe ich hier nämlich schon... Große Hauptnummer gezogen. Große Hauptnummer gezogen. Oh nein. Oh nein, ein Diamant. Oh nein. Oh nein. Und ausgerechnet das habe ich abgelegt. Ich fasse es nicht. Oh, fuck. Scheiße. Okay. Okay, alles. Keine Panik auf der Titanic. Wir sind... Wir sind noch in sicherem Gewässer. Ach du! Nein. Nein. Um Gottes Himmel, zwö. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Alter. Alter, das darf jetzt nicht wahr sein. Wie bockschwer ist dieses Spiel, bitte. Oh mein... Gosh. Alter, das darf nicht wahr sein jetzt. Oh nein. Oh nein. Okay, Leute, das war's. Das... Also, das war's jetzt echt. Ich probiere das jetzt heute nicht nochmal aus. Ich habe das Spiel bisher an diese Kellerstelle heute bestimmt 20 Mal gespielt und ich bin jetzt echt gerade fertig mit den Nerven auch. Das war's heute für mich mit Resident Evil Mortal Night. Ähm... Ähm... Wie machen wir das jetzt am besten? Wir schließen ein Abkommen. Ich spiele Resident Evil Mortal Night bis... Ja, bis an welche Stelle? Das ist schwer zu sagen, ja. Ich spiele Resident Evil Mortal Night... Ähm... Ich spiele Resident Evil Mortal Night bis an die Stelle, wo uns gerade in dem Raum die Diamantschlüsse gefehlt hat. Bis vor diese Tür spiele ich mit dem Diamantschlüsse dann in der Hand, damit wir dort dann weiterkommen. Machen wir das so. Ich denke, das ist ein guter Deal. So werden wir es machen. Bis dorthin werden wir es spielen, beziehungsweise werde ich es dann spielen und ab dort nehme ich dann wieder auf und... Ja... Krass. Einfach nur krass verrückt. Krass. Okay, Leute. Das war's für diese Folge Resident Evil Mortal Night. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein. Und vielen Dank fürs Zusehen. Oh Mann, macht's gut. Das... Das Game, das macht mich fertig. Das macht mich echt fertig. Oh mein Gott. Okay, Leute. Macht's erstmal gut. Haut rein. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.